hey leute was geht willkommen zu einem video wir spielen heute rocket league mit dabei ist der iceman und ihr wisst ja ich bin ein extremer noob in dem spiel iceman ist der pro ja ja voll der pro das war knapp ein boost ja auf geht's auf geht's ich bin erster ja man das erste mal ok ok er war schön playstation spieler alquaza 1948 xynet heißt playstation ja playstation network xynet ist alles playstation also worden wir wollen wir mal so erzählt ich habe es alle verkackt ich bin zu schnell gefahren jetzt werde ich noch dreifach ja vierfach fünfmal weg gerammt alter lecker am arsch ja sorry weil ich abgebremst habe weil ich den ball ich gekriegt habe du hast nicht abgebremst du bist stehen geblieben richtig das zeige ich dir sonst auch in deiner aufnahme ja ich weiß das doch mensch ich weiß aber was ich getan habe und was nicht mal lieber man nein warum 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 du so inkompetent bist meinst du ich weiß echt nein ich bin ja immer sehr ehrlich was das angeht man alle fliegen hier rum ich will auch fliegen können man kann es nicht egal was ich versuche ja du ich ja so oft ich verkackst halt immer wieder lange gedauert bis ich konnte ja glaube ich wie viel spielst du eigentlich mittlerweile 170 oder so so wie viel hast du ich hab keine ahnung guck gleich dein ernst was denn warum fährst du plötzlich hoch der ball war unten ich wollte dir ausweichen warum willst du ihm denn ausweichen weil er mir im weg stand mit dem ball nein nein ich bin so inkompetent ich bin so inkompetent alter ich bin so verdient verdammt inkompetent leute ich bin so verdient verdammt inkompetent leute sauber ja man klar immer ich mache alles was du willst lennart alles lennart wieso ich hab grad lehnerd verstanden lehnerd hey lehnerd das wärs oder das ist mein verdammter spitzname ach so wusste ich gar nicht lehnerd du hast mit mir ein jahr lang zusammengelebt du weißt das nicht ja ich hab dich immer lenno genannt ja weil ich mich auch alle macht gegen diesen pferd aber trotzdem hat den jeder gesagt ne ich nicht ja weil du ihn von mir verschlafen hast ja das ist ja nicht das einzige was ich verschlafen habe ne oder ein restliches leben was macht ihr hier ein bisschen rumspringen den ball versuchen zu berühren ja wird wieder verkackt wie immer ne ja ich auch jetzt vor das tor nehm ich super danke dir du hast ja gar nicht das tor drin was ich dir rüber getradet hab mensch ja sorry hab ich nicht mit dem auto drin ich hatte kein bock das auf 16 meiner autos natürlich hattest du bock das zu ändern natürlich hast du das bock ich hab bock hast du bock nein ich bin noch nicht bei congster oder debiter oder was auch immer das war hmmm ja congster glaube ich oder 1 und 1 ne 1 und 1 war das nicht 1 und 1 macht er keine Wunder ey das ist Marcel Davis ja Marcel Davis 1 und 1 wir sind wie kommen wir nicht heißen heute rute keine Ahnung wie der Typ oh der ist drinnen Rhinopanzer 26 Rhinopanzer 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 ja Panzer du weißt mein Freund mein Englisch ist sehr gut ich bin ein Pro in Englisch nein let's watch the Joker da wird ich ein bisschen zu schnell gewesen bist du ja ja dann vielleicht doch nicht boosten stimmt wohl oh den hab ich ja nice der ist sogar drinnen nein ist er nicht nein ich bin so vorbei gesprungen ich bin so hin Mann er fliegt er nicht mal springen kann er ne ich kann gar nichts ist da was Neues nein oh man ey der war doch geil verfahren nein der war so schön gewesen und du hast wieder verkackt alter ich hab gar nichts verkackt wer denn dann der ist an die Latte und wieder raus Latteboden raus ja hast du eins noch verkackt ich warte ich hab noch nicht mal geschossen ja 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 ist okay ist okay Caddy haddy jetzt auch gesagt ja man Caddy haddy lag alter Caddy lag hey das ist der Caddy haddy lag okay Hauptmenü 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 okay da ist da ist die die drinnen ne Du bist der Catcher, ey. Okay, da kommt der Angeflogen. Ja, ist mir egal. Für mich ist das dasselbe. Er haut richtig raus, Alter. Guckst du dir an, ich hab da einen 12er Boost. Ist doch gut. Da ist die wunderschöne Tor-Explosion. Den hab ich. Optimal. Der geht rein. Lol. Drei sind rausgegangen. Alle rausgegangen. Die sind alle raus. Die sind alle rausgegangen. WTF? So, Hauptmenü. Alter, was ist da los? Äh. Was ist da los? Äh. Ich glaub, die hätten keinen Bock mehr nach dem Schuss, oder? Ich hab noch nicht mal was ausgepackt. Ich bin aber nur an der Wand langgefahren. Äh, ja. Ich weiß. Und kaum was da drin ist. Left, left, left. Geil. Ja, tut mir leid. War so nicht geplant. Ja, war lustig. Ich hab zwei Zuschauer, die drei Runden gegen jetzt. Ja, machen wir drei Runden raus, ne? So, das ist jetzt die dritte Runde. Bitte? Bitte? Bitte. Du bist wieder abgehakt. Das hier ist die dritte Runde. Achso, ja. Richtig. Wacherkennung. Hallo. Der passt in die mit. Oh Gott. Und der macht ihn rein. Oh Gott. Wuhuu. Hammer geil, Alter. Dem kann man was anfangen. Ja. Best. Wuhu. 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 Der Typ ist echt gut drauf, ne? Das war jetzt einfach nur... Das war jetzt einfach nur... Das ab. Na gut. Aber... War nice. Wuhu. Also ich bin immer... Ich bin immer der Chip, der nie ein Tor macht, Leute. Also, ne? Also warte nicht darauf, dass ich ein Tor mache. Aber... Doch, darauf warten Sie. Gucken... Hahahaha. 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 Lenders... Im Tor oder nicht? Hahahaha. Macht Black Wolf Gaming jemals ein Tor? Hahahaha. Hahahaha. Der Boomer. Ich bin immer. So. Durch die... Ah. Kein Boost Ist normal Sorry Den wir auch noch mit Den wir auch noch mit Dann nimm ich ihn Nein ich bin Ich hab doppelt sprungen gemacht Ich bin so ein Idiot Ich brauch mal kurz nen Boost Oh Gott Echt rübergesprungen Okay da war ich zu weit weg Ich auch Und unten durch Wollte ihm das Tor lassen Und Cari Sorry Ich bin so ein Idiot Ich bin so ein Idiot Ja Also ich mach Tore aber nur ins eigene Tor Leute Ja Wie war das heute? Der dritte? Drei spielen? Drei in drei spielen? Ja ne eigentlich drei in zwei spielen Aber Ja stimmt Das eine kann man ja nicht mehr als Spiel bezeichnen so wirklich Weiter Der zweite Touch wäre geil gewesen Ja der wäre geil gewesen Er hat zu direkt vor das Tor mitgenommen Jetzt ist er vor das Tor Drinne Ja ich hab keinen Boost mehr Das ist nicht vorne Ich hatte keinen Boost mehr DG Bin ich mal angekommen So jetzt Kamin Dein Ball Sauber Jetzt noch in die Mitte Damit und Keinen Boost mehr gehabt Du brauchst keinen Boost Was denn sonst Ich bin nicht mehr hinterher gekommen DG Du kannst boostjumpen Das läuft das gleiche raus Ja Ja Ich bin so ein richtiger Noob Ach komm Alter Da hab ich einmal Boost weiß Und dann sowas Ich hab auch noch ein Tor Nein Aber war schön runde Oh ich hab ne Kiste bekommen Die mach ich natürlich jetzt direkt auf So Machen wir noch die Kiste zum Abschluss auf Würde ich sagen So Auf jeden Fall Leute Mal sehen was wir rauskriegen aus der Kiste Turbo Wünschst du mir Glück Lenu Ne Du sollst dich für mich freuen Ne Warum nicht Ne Einfach ne 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 Du hast letztes Mal schon einen guten Schuss War nicht alles War nicht alles in der Aufnahme Aber Stimmt Jetzt nicht Erst wenn ich wieder was gut ist Okay Ich öffne 3 2 1 Bad luck Bad luck Bad luck Und Was kommt da raus Komm schon Leute Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Oh Verdammt Naja Ist Nicht Nicht so schlecht Das klingt gut 10 Uhr Splash Sehr selten Raketenspur Schick mal ein Foto Ähm Moment Ja 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 Moment Ich will das nicht zugeguckt habt Hau dir rein Bis zum nächsten Mal Alles klar machst du einfach meine Er macht erstmal meine Abmoderation Echt jetzt Ja Nein Na sicher Nein natürlich nicht Hast du gerade gehört Ne Ist nicht Das schreibst du auch so Das ist geil Das schreibst du auch nicht zugeguckt hat Das schreibst du auch nicht zugeguckt hat Bis zum nächsten Mal